Warum ist jetzt hier ein Holzblock? Ah, das ist von der Fackel. Das ist von der Fackel. Aber das ist gut, weil wir machen die Decke eh aus Holz. Dann können wir uns schon mal einen Block sparen. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Zehn. Elf. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Und dann einfach wieder in die Richtung. Okay. Das bauen wir noch aus. Und vielleicht schaffen wir dann sogar noch die untere Etage auszubauen, so richtig. Da werden wir dann das Netaportal reinbauen. Wenn wir es endlich haben. Wenn wir Diamanten gefunden haben. Das kann auch dauern, aber... Innerhalb dieses Dorfes möchte ich auf jeden Fall schon ein Netaportal in erstes reinsetzen. Na, da sind wir auch schon da. Äh, joa. Also Boden, Stein. Warte mal. Boden, Stein. Wie haben wir es oben gemacht? Wand, Stein, Boden, Holz. Okay, dann machen wir unten. Boden, Stein, Wand, Holz. Und oben ist eh Holz. Stimmt, oder? Ja. Deckeholz und... Ja, passt. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal wieder ausbauen. Äh, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Und derweil erzähle ich euch... irgendwas. Wie geht es euch, Leute? Interagiert mit mir. Ich bin der Nico Dunkel. Ein Spasti. Jetzt habe ich schon wieder Spasti gesagt, ey. Äh, ich werde heute wahrscheinlich nochmal ein, zwei Folgen aufnehmen. Ich weiß nicht, es macht so Bock. Macht so Bock irgendwie. Einfach wieder klassisches Minecraft. Gibt nichts Geileres. Und vielleicht bringe ich auch mal zwei Folgen an einem Tag. Je nachdem. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht die letzten Folgen da mal schon einmal oder zweimal zwei Folgen an einem Tag hochgeladen habe. Das könnte sein. Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist ja nicht mal die siebte Folge online. Ähm. Deswegen. Sonst hänge ich es zu sehr hinterher. Und produziere zu sehr voraus. Im Voraus. Von daher denke ich, dass ich auch mal zwei Folgen am Tag hochladen kann. Ähm. Ist dann viel. Aber macht Spaß. Und ist cool. Also ich denke, das mit dem Daily klappt echt gut. Ich hänge nicht hinterher mit den Aufnahmen auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gut dabei. Das ist nice. Perfekt. Das ist auch nice, dass die Spitzhacke kaputt ist. Das müsste die Mitte sein, ne? Oder was? Das ist doch die Fackel, oder? Doch, das ist die Fackel. Ja, ja. Okay. Ähm. Ja. Wo ist die Mitte des Raumes? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier. Dann machen wir hier mal ein Licht hin. Und dann haben wir gleich den Hohlraum schon mal ausgebaut. Da war die Kohle, glaube ich. Also Boden, Pflasterstein, Wand und Decke, Holz. Haben wir genug Holz? Nee. Müssen wir gleich nochmal hochgehen. Aber erst dann bauen wir das aus. Wir können es auch mit Cleanstone lassen, ne? Theoretisch. Oder Zielstein. Aber das wäre wieder zu aufwendig. Also zu ressourcenaufwendig. Wir können es auch mit Cleanstone einfach lassen. Boden Cleanstone. Wende Holz. Ja. Wäre auch ne Idee. Oder Wende Cleanstone. Hm. Dann müssen wir halt ein bisschen Pflasterstein braten. Ah, das mach ich jetzt. Ich, äh. Wir machen den Boden aus. Nee, die. Oder die Decke. Nee, Decke, Holz. Wende Cleanstone und Bodenstein. So machen wir es. So ist schon wieder Nacht, aber das ist egal. Irgendwelche Monster hier in der Nähe. Ja, ne Spinne. Okay, äh. Hier ein bisschen Stein rein. Ziegel. So, wir warten hier direkt. Wir brauchen, glaube ich, nur zwei Cleanstones. Weil der Rest ist schon Cleanstone. So viel Cleanstone brauchen wir gar nicht eigentlich. So, passt. Aber Cleanstone brauchen wir vielleicht wenn anders mal. Von daher ist das schon okay. Ähm. Ein Glasbruch brauchen wir. Ähm. Boah. Wir brauchen echt wieder diese Kiste hier. Da ist ein Skelett. Ähm. Was brauchen wir noch? Holz. Ja. Okay. Dann knabbern wir am Brot. Hier ist auf jeden Fall hell genug. Es zählt ja nicht, wie hell es ist mit Shader, sondern wie hell es halt Default ist. Das zählt ja. Hier ist zum Beispiel etwas zu dunkel. Im Shader wäre es wahrscheinlich ultra finster. Ja. Aber es zählt ja das, wie es im normalen Minecraft ist. Weil Minecraft rechnet ja nicht damit unbedingt, dass man einen Shader benutzt. Und geht ja nicht danach. Äh. Hier. Das bauen wir noch ab hier. Ja. So, dann haben wir jetzt auch diesen Hohlraum fertig. Geil. Und hier. Also, Wand. Cleanstone. Ähm. Dach. Äh. Dach. Wand. Ey. Schon verkackt. Äh. Schon gleich alle zwei Cleanstones verbraucht. Decke. Wie haben wir es? Wie haben wir es denn da gemacht? Ja, okay. Hallo? Das hier alles Holz. Das bauen wir auch noch schnell ab hier, den Dachboden. Oben hatten wir nicht das Problem. Den Dachboden, Digga. Was labere ich? Die Decke. Oben haben wir nicht das Problem gehabt, weil es da ja schon alles Erde war. So, Holz machen wir mal hier. Ich höre ein Skelett auf jeden Fall. Ich hoffe, es kommt nicht in mein Haus. Das ist halt der Nachteil, wenn man keine Türen hat, dass die auch ins Haus kommen können. Ich glaube aber, Zombies können auch trotz Tür zum Beispiel in Häuser. Die können, glaube ich, die Türen kaputt hämmern. Nicht, dass das Skelett gleich hier so die Leitern runter geht und dann gleich vor mir steht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt gehen würde. Ich glaube nicht. Sieht ganz lustig aus, dieser Holzblock da. Haha, lustig. 300 Frames wieder. Läuft's. Heute mal eine Folge ohne viel Shader. Weil wir einfach viel unter Tage sind und das Skelett ist sehr nah. Also ich... Ja, das ist sehr nah. Sag mir nicht, das ist eine Etage höher gespawnt. Da hätten wir ein Problem. Ich gucke mal kurz eine Etage höher. Nee. Wahrscheinlich ist es in unserem Haus oben. Das klingt auf jeden Fall extrem nah. Ich weiß nicht, die Sounds sind einfach voll... Voll Ambient, Alter. Voll Ambient. So, das machen wir aus Holz. Ey. So. Nächstes Holz. Mann. Ich hasse es, wenn man sich verbaut. Ich verbau meine Zukunft an meiner Kolben. Raus mit dir, du Bastard. Jo. So, dann haben wir gleich die Decke. Hier auch ein Zombie. Alles sehr nah. Und Boden haben wir gesetzt. Okay. Dann graben wir noch einmal hier Boden aus. Ab. Ich gucke dabei auf die Uhr. 10 Minuten ungefähr habe ich noch. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon in der 13. Folge. Aber hier das Grundgerüst des Kellers machen wir auf jeden Fall noch. Wie gesagt, die Folgen gehen jetzt dann... Also die letzte Folge ging wahrscheinlich auch 20 Minuten ungefähr. Und diese hier auch. Ich wollte einfach zwei Folgen in einem aufnehmen. Auch wenn die dann nicht so lang sind. Ich hätte jetzt auch diese 40 Minuten ungefähr, die ich jetzt aufgenommen habe, dann in eine Folge packen. Aber... Ja, weiß nicht. Mehr Uploads. Mehr Klicks. Nee, nee. Keine Ahnung. Ich mag es, wenn man viele Folgen hat. Und ich mag... Ich möchte am liebsten sehr viele Folgen irgendwann haben von dem Projekt. Und dann kann man sagen, ja, wir haben irgendwann mal 3 Millionen Folgen. Ich weiß nicht, was mein Ziel ist, wie viele Folgen wir haben. Also mein Ziel ist auf jeden Fall am Anfang die 100, klar. Die machen wir auf jeden Fall voll, denke ich. Zumindest nach aktuellem Stand. Aber insgesamt, keine Ahnung. Ich schätze mal, das Projekt wird so 200 Folgen haben. Vielleicht. Kann aber auch sein, dass ich nach 50 keinen Bock mehr habe. Kann sein, dass ich nach 30 keinen Bock mehr habe. Kann auch sein, dass ich morgen keinen Bock mehr habe. Kann auch sein, dass ich nach 200 noch Bock habe. Man weiß es nicht. Opa da. Ich sage immer Opa la, wenn mir irgendwas passiert, ne? Bisschen strange. So, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich gleich hochgehe. Dass mich Skelette und Zombies überraschen. Das wird es wahrscheinlich auch. Das wird wahrscheinlich auch passieren. Zombie sehr nah auch. Ich denke mal, aber das ist an der Oberfläche. Also nicht unbedingt in unserem Haus. Aber es ist krass, dass man das durch so viele Blöcke so klar hört. Ist nicht gerade realistisch eigentlich. Außer die Zombies sind in dieser Welt wirklich 80 Dezibel laut. Der Zombie bekommt gerade Schaden. Hä? Warum bekommt der Zombie Schaden? Okay, das ist der Keller. Der zweite. Hier kommt das Nähterportal rein. Wir bauen dann hier so eine Treppe hin. Und dann befindet sich hier so das Nähterportal. Das heißt, wir bauen hier das nochmal aus. Wir müssen leider das Kupfer abbauen. Du noch. Und dann hier kommt so eine Treppe hin. Und hier ist dann das Nähterportal. So, jetzt gehen wir mal hoch. Ich weiß nicht, ob es noch Nacht ist. Aber warte mal, wir brauchen noch für den Boden Licht, oder? Hier. Ja, brauchen wir noch. Wir haben ja einen Glasblock dabei. Zack. Backel. Und. Glas. Perfekt. So, wir gehen hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in unserem Haus Monster sind. Ja. Ein Skelett. Das ist krass mit dem, äh, Damage Delay, oder wie man das nennt, äh, macht man echt wenig Schaden. Da muss man echt lange warten, bis man wieder schlagen kann. Das ist echt ätzend. So. Siegel. Gar nix, gar nix, gar nix angefangen hier. Oh man. Viele Kisten. Äh, wir brauchen Steintreppen. Drei Stück. Oh man. Bogen, scheiß drauf, braucht keine Sau. Weizen, ja. Haben wir noch Weizen? Nö. Rohkupfer kommt rein, Holz kommt rein, Bricks kommen rein. Ähm, Eisen kommt rein. Leitern kommen rein. Ähm, okay, dann essen wir noch mal Brot und machen die Treppen hin und dann haben wir beide Keller heute, beziehungsweise gestern und heute, äh, schon mal vom Grundgerüst fertig gebaut. Also hier kommt dann das Neta-Portal hin. Hier so. Das ist, glaube ich, genau von der Höhe passt das. Und ja. Aber dazu brauchen wir natürlich erstmal Diamanten und dann Obsidian und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Äh, in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich wieder farmen oder wieder uns auf die Suche begeben. Oh, da ist, äh, verrottetes Fleisch. Das nehmen wir mit. Das ist unser erstes verrottetes Fleisch, das wir haben in dem Let's Play. Und da ist ein Creeper. Ich hab's gewusst. Ich hab's mir gedacht, dass das mal passieren wird. Das ist ein Creeper hier einfach mal bei den Schafen oder bei den Kühen spawnt. Das ist natürlich Albtraum. Das kann man aber auch kaum verhindern. Wobei, man kann's schon verhindern, klar. Wir müssen Fackeln anbringen. Da ist Gunpowder. Boah, grad hat's gelegt. What the fuck. Oder kam mir das nur so vor? Ich weiß nicht. So, hier eine Fackel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier noch. Hier. Hier. Und hier. So. Wir gucken mal nach dem Weizen. Ja, ein bisschen ist das gewachsen. Nicht viel, aber ein bisschen. Heute nicht so die kommentarreichste Folge. Aber naja. So. Habt ihr wieder Bock? Oh, das Baby ist süß. Das ist so ein bisschen heller irgendwie, ne? Cool. So. Ihr wollt wieder. So, dann du noch und... Du, oder? Nee. Du. Okay. Dann macht ihr mal. Wollen wir hier eigentlich so ein bisschen schon, ne? So einen roten Teppich oder sowas machen. Rote Wolle wäre cool. Oder Granit. Wir machen aus poliertem Granit da so einen Weg. Ein Stack. Das ist ein bisschen viel. Hier machen wir so einen... Das ist der Eingang zum Haus. Jetzt können wir den Shader eigentlich auch wieder anmachen. Wobei, lohnt es ja eigentlich nicht, weil wir dann bald wieder unter Tage gehen. Aber jetzt gerade, wo wir außen sind. Boah. Wie hell. Hallo? Regulier dich mal. Spiel. Danke. Krank. So. Jetzt haben wir halt hier Erde. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Das ist aber... Dient, glaube ich, auch als Decke unten, ne? Die Erde da. Oder ist das eins zu hoch? Ich weiß nicht. So. Granit kommt hier rein. Dat kommt hier rein. Dat kommt hier rein. Wackeln haben wir. Wir brauchen nochmal Eisenspitzhacken einige. Also Spitzhacken sind wirklich so das Wichtigste. Machen wir einfach... Hier so sieben Stück. Wir haben nicht genug Sticks. Naja, sechs lang auch. Dann gehen wir nächste Folge wieder unter Tage. Ich nehme einen Zip von meinem Energy. Das ist so ein Red Bull Fake. Kokos Blaubeere. Schmeckt richtig geil. Wir gucken noch schnell, was hier fertig gebraten ist. Ziegel, Stein, Ziegel, Stein. Und dann brauchen wir auch wieder Kohle. So langsam. Äh, warte mal. Kein Platz mehr überall. Bisschen Holz nehmen wir noch mit. Für eine Werkbank oder für Sticks und so. Und Essen. Ja, Fleisch zu schlachten lohnt sich noch nicht. Da haben wir noch zu wenig für. Man könnte natürlich schon ein paar schlachten, aber das macht noch keinen Sinn eigentlich. Ja, dann müssen wir halt wohl wieder die Süßbeeren an- und abpflanzen. Das nervigste im Spiel. Süßbeeren an- und abpflanzen. Das ist wirklich nervig. Weil es einfach so viele sind. Ich freue mich schon, wenn wir eine richtige Weizenanlage oder Kartoffelanlage haben und dann Ofenkartoffeln und so machen können. Weil Ofenkartoffeln sind ultra zettigend. Deutlich zettigender als Brot. Das ist eigentlich so die beste Nahrungsquelle der Kartoffeln. In Minecraft. Ja, da ist schon direkt gewachsen. Direkt angebaut und direkt gewachsen. So. Boah, wie viel. Und hier noch. Vier breit. Und ja, sehr lang. Mein Schwanz. Okay, passt. Dann nehmen wir über den Stack Süßbeeren mit und graben uns mal woanders runter. Da gehen wir in der nächsten Folge einfach mal woanders hin. Äh, ich würde sagen, wir bauen uns... Oder nee, wir haben ja da drüben so ein Ding, wo wir uns runtergebaut haben. Und das... Da gab es noch was zu holen auf jeden Fall. Ich würde sagen, da bauen wir uns wieder runter. Oder von dort aus auch runter bauen, aber in eine andere Richtung. Also, wir haben uns ja in die Richtung gebaut. Vielleicht bauen wir uns in die Richtung runter. Ich glaube schon. Dann werde ich den Shader auch gleich wieder ausmachen. Beziehungsweise die Folge gleich beenden. Die Folge beende ich jetzt einfach hier außen. Wo es hier schon die Sonne untergeht. Das war's von der 13. Folge. Macht's gut. Und wir sehen uns zum nächsten. Ciao.